Musik Hi, mein Name ist Fiona und ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft eine günstigere und eine schnellere Verbindung nach Neuseeland geben würde. Hallo, ich bin die Eva und ich wünsche mir, dass sie meine Söhne gut allein großziehen. Hallo, ich bin Piero und ich wünsche einen Job, wo ich viel verdienen kann. Hallo, ich bin Pascal und wenn ich ein Job machen könnte, würde ich einen Job gut machen. Mein Name ist Brahma, mein Wunsch ist, Deutsch zu lernen und ich verstehe schon ein bisschen Deutsch. Und ich denke, ja, jetzt kann ich alles schaffen alleine. Hallo, ich bin der Valentin und ich würde mir wünschen, mehrstimmig singen zu können. Hallo, ich bin der Ludwig und ich wünsche mir ein Aquarium. Hallo, ich bin die Paula und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir einen Weltfrieden wünschen. Hallo, ich bin die Ariane und ich wünsche mir für Wien weniger Wind. Hallo, ich bin Michelle, ich komme aus Ecuador und ich wünsche mir einen Flug nach Ecuador. Hallo, ich bin der Dietmar und der einzige Wunsch, den, glaube ich, jeder hat, ist gesund bleiben. Hallo, ich bin die Eva und mein größter Wunsch ist eigentlich, glücklich zu sein und was zu verändern in meinem Leben. Was ich mir wünsche, ich würde mir wünschen, dass alle Leute, die hier auf der Maria Hilfe entlang laufen, nicht erst eine Kamera wie eure brauchen, um in sich zu gehen und sich zu fragen, was wünsche ich mir eigentlich. Und dann, nachdem sie den Wunsch erkannt haben, auch danach zu handeln und wirklich ihr Leben nach dem Wunsch leben. Hallo, ich bin der Lukas und ich wünsche mir, dass die Leute mehr Empathie pflegen und Kinder in der Schule über Sex und Drogen aufgeklärt werden. Hallo, ich bin die Sarah und ich wünsche mir, dass ich einmal jeden Ort der Erde sehen kann und dass ich mir keine Gedanken machen muss, woher ich das Geld nehmen soll. Hallo, ich bin die Pascal und wenn ich einen Wunsch verhält, würde ich mir wünschen einen lauernden Job. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.